Hallo Altona, hallo Karofürte, hallo Schokoladenfabrik, hallo Willi-Dorf, hallo Vellensburg, hallo Altona, schöne Grüße aus Schomburgstraße, schöne Grüße aus Mathildenstraße auch und ja, wir sind der Hallo-Werner-Clan. Kennt jemand euch Hallo-Werner-Clan? Kennt ihr den vielleicht? Julia! Kennt vielleicht auch jemand von euch Romy und Julia? Ja, natürlich. Wer kennt von euch Romy und Julia? Okay, das ist viel. 90 Prozent. 90 Prozent, nicht schlecht. Ja, 10 Prozent Leute kennen das, echt nicht schlecht. Ja. Kennt man den Romy und Julia und Java? Ja, das ist eine echt so bekannte Geschichte in Japan auch. Cool, ne? Ja. Super. Ja, und heute Abend wollten wir besonders genau eingehen auf Romy und Julia, aber im anderen Konsens, nämlich Romy gegen Romy. Ja. Warum Romy gegen Romy? Und zwar, die Welt, das System, in dem wir stecken, zwingt uns zur Schizophrenie. Und wir alle sind viele und das ist genau das, was wir heute Abend hier sehen werden. Und du wolltest auch noch irgendwie jemand spielen oder wie war das? Ich will Julia sein. Julia sein? Ja. Julia? Ja. Wieso nicht Romeo? Kein Bock. Kein Bock? Ja. Ja. Okay. Misser war ja kein Bock auf Romeo. Dann Julia. Das sehen wir auf jeden Fall jetzt hier. Julia. Danke. Vielen Dank, danke. Alles Gute. Danke. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin Romeo. Ich bin Romeo. Ich bin Romeo. Ich bin Romeo Montagu. Ich gehöre zu den reichsten Familien hier in Verona. Und verkehre ausschließlich mit den besten Leuten in der Stadt. Zusammen bilden wir den besten Romeo aller Zeiten in einer Mix. Aus Agilität, Geschwindigkeit und Kraft macht uns zum besten Romeo, den es jemals gab. Aber ich bin der stärkste Mann in der Stadt. Und zugleich der schnellste Mann in der Stadt. Dazu bin ich klug und vor allem gebildet. Eingebildet! Was war das? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Romeo Montagu. Ich bin stürmisch, temperamentvoll und leidenschaftlich. Ja, ja. Aber auch einfühlsam und sensibel. Und sensibel? Auch das steckt in mir. Also ein kleines Sensibelchen. Also ich bin stürmisch, leidenschaftlich und temperamentvoll. Stürmisch. Stürmisch. Schau! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was machen wir denn da dummer? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm mal rein. Vorsicht. Yeah. Vorsicht. Im Kavo vierte. Vorsicht. Homenstrasse. Vorsicht. Alles klar. Vorsicht. Vorsicht. Zuhmaren. Computer. Vorsicht. Ein Knutschen. Vorsicht. Ein Ghetto Blaster. Losicht. Ein Funga. Vorsicht. Etobast. Zuhmaren. Tag mal nicht. Vorsicht. Fug mal. 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 Man, Gitte, Komendie, Mirabai, Gitte, All right, Kishin, Getsu, Daimabai, Konfoi, 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 Ichi, Konfoi, Yo-Yo-In, Kao-Fear-Ten, Yo-Yo-Kao-Fear-Ten, I-Ten, I-I-Bis, Bar, Yoko-Mono-Bai, Gyal, Bar, Yoko-Mono-Bai, Yeah! Basetown, im Kopf, Basetown, überall, Basetown, im Treppenhaus, Basetown, 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 hier! Bitte kommen Kinder, bitte kommen Kinder zu normalen Trassen, die Gitter zu spielen, die Gitter zu spielen, die Gitter zu spielen, die Gitter zu spielen, stoppen bitte! Vorsicht, 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 ein Körbe kaputt, Vorsicht, die Eindstraße, Vorsicht, Aufgang, Nagel, Vorsicht, Kost, Spänze, Vorsicht, ein bisschen betrunken, Vorsicht, 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 ein Eski-Bojo, Vorsicht, Zubei, Eski, Vorsicht, ein Deutschländer, Vorsicht, ein E-Ger-Pan, Vorsicht, ein Chinamann, Vorsicht, Fukushima, Vorsicht, ein Luxus-Leiner, Vorsicht, Super-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ja, Vorsicht, Leute, kommen alle hoch hier, kommen auf die Bühne, runter bitte, mehr Lust dran, mittanzen wir hier. Hallo, wer ein kleines Wicht hier auf dem Floor. Wer braucht noch die 90 Jahre für die Hand zu gehen? Komm, bitte! Komm, bitte! Kinder! Hallo, Werner. Und dein Disco-Kuhl. Was geht? Was? Yo! Ja, genau. DJ! So, 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 so. Hier, hier, ich hab's jetzt mit der Motorrad, Motorrad, Motorrad Klapp, da, Motorrad Klapp, da, sehr gut. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Mach die Anke, auf. Biss der Rettung wieder. Anke Schwenge und der Reksjo. Fuffi! Juhu! U1! U2! U1 und 2 und 3! Töpfe! Juhu! Wie die Noto was gedacht, doch mach die Noten jetzt am Start. Die Session voll fertig. Die Noten jetzt werden wir. Juhu, Juhu, hab man am Start. Und hier das wäre, Höhöhöhöhö, Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö, Höhöhöhöhöhöuhöhö. Höhöhöhöhöhöhöhöhöh. H trás doch, haben wir da, Hrásoch da, Hör 있 doch. Ach deSCar, Höhöhöhö, Hallo Bern, hat er ist hier! Algestalti witz stuhe. Algestalti witz stuhe. H hearts, f على h bliss ! H prueba k Beetle , Eintritt ist hier. Der erste, der erste, der hier. Sehr herrlich. Vielen Dank Leute, das ist cool. Aber bitte schnell runter gehen, aber bitte nicht auf die Tschöntetier. Wir müssen schnell vorbei gehen, die uns jetzt hier. Wieder zurück zu dem letzten, danke. Danke. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Soll ich nur lauschen? Oder soll ich was sagen? Es ist doch nur dein Name, der mein Feind ist. Du, du wärst du selbst, wärst du kein Wunder. Nenn dich doch einfach anders, Romeo. Leg deinen Namen ab und nimm mich, mein Leben. Ich nehm dich beim Wort, nenn mich Geliebter. Ich will von nun an nie mehr Romeo sein. Aber du bist doch Romeo, ein Montagnon. Von beiden keins, wenn eins dir nicht gefällt. Ich will von nun an nie mehr so, wie ein Wunder. Ich will von nun an nie mehr so, wie ein Wunder. Ich will von nun an nie mehr so, wie ein Wunder. Wie ein Wunder. Anschluss! Untertitelung des ZDF, 2020 ただいまこれより、ロメオチャンピオンシップ5分間一本勝負を行います まずはこのコーナー、250パウンド、ロメオモンテゲロ! そしてこのコーナー、250パウンド、ロメオモンテゲロ! ロメオモンテゲロ! ロメオモンテゲロ! ロメオモンテ Whisper Untertitelung. BR 2018 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 Du willst schon gehen? Es ist noch längst nicht Tag. Ich bleibe zu sterben oder gehe zu leben. Das ist kein Tageslicht. Ich weiß das eben. Du musst jetzt noch nicht gehen. Sollen Sie mich schlagen? Sollen Sie mich doch töten? Was ist mein Herz? Das ist kein Tageslicht. Doch! Doch, beeil dich! Geh schnell! Bleib nicht! Es wird schon hell. Je heller, desto blöd auch unser Leid. Geh gut. Ein Kuss damit ich gehen kann. Glaubst du, dass wir uns jemals wiedersehen? Bestimmt. Wobreit, ich habe ein schlechtes Gefühl. Als würde dir etwas passieren. Sollen Sie sich hier planeten? Und dann steht jede Nacht. Geh schön. Alle sonn! Alles geben Sie auf! Ihr könnt, wenn du wenigstен. en chische Beirgen sein. Wobreit, dann gibt es mal encuentraken. Geh Hurry! Das war's. 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 Das war's.